Frau Kollegin Breher, es ist schade, ich wollte Ihnen ja gerade die Möglichkeit geben, noch ein paar Gedanken zu Ende zu führen. Sie haben jetzt ganz viele Vorschläge gemacht, was man alles, was diese Koalition noch alles an Dingen verlängern müsse, die Sie als CDU, die Sie abgewählt worden sind, aus der Regierung machen würden, anstatt der Koalition und der Ministerin die Möglichkeit zu geben, das, was in der Koalitionsvereinbarung steht, so umzusetzen, wie diese Koalition es für richtig hält. Aber dennoch frage ich Sie, nachdem, was Ihre Vorgänger in der Rede zur Finanz- und Haushaltspolitik gesagt haben, frage ich Sie jetzt, werden Sie all das, was Sie kritisiert haben, wo das Geld fehlt und wo Sie der Meinung sind, der Bund müsste das wieder für die Länder machen, wird die CDU, CSU diese Anträge im Haushaltsverfahren stellen, mit welchem Wert, oder ist das hier nur heiße Luft? Frau Bria zur Antwort. Vielen Dank, Herr Kollege. Wenn Sie mir zugehört haben, dann haben Sie sehr wohl mitbekommen, dass ich gesagt habe, ich messe Sie an Ihren eigenen Versprechen. Ich habe Sie zitiert aus Ihrem Koalitionsvertrag, und ich habe die Ministerin zitiert aus Ihrer eigenen Rede. Und zum Thema Sprachkita, ja, wird es von uns einen entsprechenden Antrag und einen Finanzierungsvorschlag geben, und so habe ich mich bislang auch jedes Mal eingelassen. Vielen Dank. Und besonders dreist ist die Erhöhung der Mittel für die Förderung der Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vielfalt. Was blumig klingt, ist nichts anderes als linke Kadersubventionierung. Und die ist auch noch üppig bemessen. Fast 184 Millionen Euro sind für diesen Haushaltsposten vorgesehen. Das sind 33 Millionen Euro mehr als im Vorjahr und fast doppelt so viel wie 2020. Das freut natürlich Ex-Stasi-Mitarbeiterin Kahane, die als Chefin der Antonio-Amadeo-Stiftung mal wieder zu den Begünstigten zählen wird. Die Tatsache ist, die Länder haben die finanzielle Ausstattung, um ihre landeseigenen Aufgaben auch zu schultern. Und vor diesem Hintergrund dieser beiden Realitäten, die ich beschrieben habe, verstehe ich auch die Angriffe der Union hier nicht. Sie können nicht auf der einen Seite in Sonntagsreden immer die schwarze Null hochhalten, aber auf der anderen Seite im parlamentarischen Haushaltsverfahren fordern, jeden zweiten Titel im Haushalt zu erhöhen. Das passt nicht zusammen. Dafür muss man kein Mathematiker sein, um festzustellen, dass das nicht geht. Das ist unseriös. Das ist eine unseriöse Haushaltspolitik. Sorgen Sie, helfen Sie uns doch dabei, dafür zu sorgen. Nein, helfen Sie uns dabei, dass die Mittel mit den Ländern, Sie sind doch in den Ländern präsent. Daniel Günther, Schleswig-Holstein beispielsweise, rufen Sie ihn an. Sorgen Sie dafür, dass Sie gemeinsam die Mittel, die ja im Verhältnis sogar aufwachsen können, weil mehr in Qualität investiert werden kann, genau für Sprachförderung eingesetzt wird. Hören Sie auf, uns in der Koalition, die wir hier gemeinsam miteinander ringen, um die beste Förderung für Kinder, obwohl wir grundgesetzlich nicht mehr zuständig wären, dafür zu sorgen, dass Qualität in den Kitas... Genau. Und was passiert, wenn ein erfolgreiches Projekt in die Verstetigung geht? Wir haben das hier schon gehört. Das bedeutet, dass wir an die Länder die Verantwortung übergeben, mit Mitteln des Bundes weiterhin in Sprachförderung zu investieren. Und ich finde das wirklich traurig, dass Sie hier in der Debatte nicht eindeutiger dazu Stellung nehmen. Das Bundesprogramm sollte mit jährlich 260 Millionen Euro, Frau Paus, wieder fortgesetzt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, das groß angekündigte und gefeierte dritte Entlastungspaket der Ampelparteien ist bei genauen Hinsehen völlig unzureichend und wird immer mehr Menschen in existenzielle Nöte drängen in den nächsten Monaten. Deswegen gehen wir als Linke auf die Straße mit vielen Bündnispartnern und fordern lautstark den Gaspreisdeckel und die Einführung der übergebenen Steuern. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss gekommen sein. Wir haben lautstark auch gegen. Wir werden weder die Straßen noch die Plätze den Rechten überlassen und die sozialen Kämpfe von links führen. Vielen Dank. Und daher ist es gut, dass beim Bürgergeld jetzt eine Einigung in Sicht ist. Und doch muss ich in Richtung der Union sagen, dass Sie mit Ihrer Kampagne gegen das Bürgergeld wirklich ein bedenkliches Menschenbild offenbart haben. Immer wieder haben Sie mit Ihren Äußerungen Betroffene alle in einen Sack gepackt und dann das Label zu faul zum Arbeiten draufgedrückt, ohne die Hintergründe, die Situation der Menschen wirklich zu erkennen. Das ist eine Politik der sozialen Kälte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schließlich kommt Feder noch einmal zu Wort und bemerkt, dass sie oft nicht akzeptiert wird, weil sie ja ein Fuchs ist. Manche von Ihnen werden jetzt an dieser Stelle sagen, dass jemand, der sich für Napoleon oder einen Fuchs hält, vielleicht besser in einer geschlossenen Anstalt aufgehoben wäre. Eins ist aber klar. Was hier vor unseren Augen passiert, das ist gewollt. Das ist die bewusste Zerstörung aller gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen. Es zielt auf die Diktatur von Minderheiten ab und dient dem sozialistischen Plan der großen Transformation. Zu mehr Toleranz hat es jedenfalls nicht geführt, sondern eher zu der Frage, ob wir es hier nicht mit einer Subkultur der Geisteskranken zu tun haben. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor hier allgemeine Unruhe ausbricht, man muss im Deutschen Bundestag nicht alle Reden mögen, die hier gehalten werden. Aber, Herr Kollege Hönel, für den Begriff Hetze erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Es ist immer bitter, hinter der AfD reden zu müssen. Aber ich will Ihnen mal sagen, ich bin sehr froh, sehr froh darüber, dass die AfD nicht bestimmen kann, was in diesem Land normal ist. Und ich sage Ihnen mal, mein Staatsziel ist, dass in diesem Land alle Leute gut und diskriminierungsfrei leben können. Das ist das Staatsziel. Man sollte ja eigentlich die AfD einfach ignorieren. Aber was Sie, Herr Erhorn, hier gemacht haben, wie Sie Transmenschen und queere Menschen verunglimpft haben, das ist der Würde dieses Hauses hier wirklich nicht würdig. Und deshalb möchte ich es einmal ganz klar sagen. Wir als Ampel, und ich gehe fest davon aus, alle demokratischen Fraktionen in diesem Haus, wir stehen an der Seite der queeren Community. Und Ihr Hass wird das nicht ändern. Ich finde es total beeindruckend, Frau Starr, ausgerechnet Sie, als jemand, der aus Berlin kommt, sich jetzt hier an anderen Landesregierungen abarbeiten zu wollen. Und da braucht man schon viel Hutzpelt. Das muss man mal wirklich sagen. Also wirklich. Das finde ich... Ja, und selbst wenn es Berlin machen würde, woher bekommt denn Berlin das Geld? Aus dem Länderfinanzausgleich aus Bayern. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu. Ja, ich weiß, dass Sie immer von Bayern extrem getriggert werden. Es tut mir auch leid, dass es bei uns alle so gut läuft. Aber Sie können sich eine Scheibe davon abschneiden, weil der Aufschrei der Fachwelt so gigantisch war. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hönl? Ich habe gar nicht gewusst, dass man den Bayern keine Luft holen muss, wenn man redet. Ich komme ja aus Franken, da geht es noch besser. Nein, der hat ja schon Redezeit gehabt, der Kollege. Und die Rede fand ich jetzt auch nicht prickelnd. Also wird die Frage auch nicht so prickelnd sein. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Frau Bär, das war ja wirklich ein abenteuerlicher Ritt jetzt in Ihrer Rede hier durch den Haushalt, mit dem Sie sich offensichtlich nicht wirklich intensiv beschäftigt haben. Ich kann jetzt nicht in dieser Kurzintervention mit all diesen falschen Unterstellungen auch haushaltspolitisch aufräumen. Deswegen will ich Ihnen einfach zwei Fragen stellen, die ich sonst gerne noch in der Zwischenfrage gestellt hatte. Die erste ist, Sie haben ja jetzt hier mehrere Male dargestellt, was Bayern alles leistet für Deutschland. Wir haben hingegen dargestellt, dass viele Länder jetzt die Weiterführung der Sprach-Kitas im Kita-Qualitätsgesetz entsprechend wahrnehmen, eigene Sprachförderungsprogramme auf den Weg bringen. Und meine konkrete erste Frage an Sie ist, wann können wir denn mit dem Sprachförderprogramm von Markus Söder in Bayern rechnen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, da hat meine Kollegin Nina Starr dankenswerterweise darauf hingewiesen, nämlich dass in Ihrer Finanzplanung, die Sie in Ihrer Regierung aufgestellt haben, die Sprach-Kitas ja gar nicht etatisiert waren. Die waren ja gar nicht drin. Und daher meine ganz konkrete Frage vor dem Hintergrund Ihrer Äußerungen hier, die ja komplett gegensätzlich sind, warum eigentlich nicht? Frau Kollegin Bär, Sie können antworten. Um Ihre zweite Frage zuerst zu beantworten, wir haben es immer weiter geführt. Und das war auch nach den vielen, vielen Jahren, auch bei den Erzieherinnen vor Ort, und ich war in vielen Kindertagesstätten in den letzten Wochen und Monaten, auch Kommensens, dass klar war, dass es auch weiter finanziert werden würde. Und selbstverständlich hätten wir das auch weiter finanziert. Da bin ich tausendprozentig sicher. Punkt eins. Und Punkt zwei. Es ist so, es ist so, es hat sich in den letzten Jahren bewährt. Es ist von der Fachwelt als das erfolgreichste Programm überhaupt abgefeiert worden. Und deswegen wäre es selbstverständlich weitergegangen, weil wir erfolgreiche Programme nicht ohne Not an die Wand fahren. Und zum Punkt zwei ist, ehrlicherweise hat Frau Paus großartig angekündigt, dass sie sich mal mit allen Ländern ins Benehmen setzen will. Und ehrlicherweise erwarte ich von einer Bundesministerin auch insofern Führungsstärke, dass sie es auch schafft, mal die 16 Länder an einen Tisch zu bekommen. Und in unserem Land, in unserem Land wird alles. Interessiert Sie die Antwort, Frau Schaus, anscheinend nicht? Anscheinend nicht. Das ist die Arroganz der Macht. Das ist bei der Ampel aber ganz schön schnell eingezogen. Ja, so ist es. Unser Bundesland geht immer über die normalen Leistungen hinaus. Immer. Immer. Und das werden wir jetzt mal in den nächsten Wochen abwarten. Ich finde es nur, nein, ich finde es nur, wir werden es doch, im Schluss retten wir es doch immer für euch. Das ist doch immer so. Ist es einfach. Aber, aber ich finde es halt einfach unredlich zu sagen, FDP, Grüne, SPD, wir fahren es an die Wand. Und jetzt brauchen wir euch, weil wir es allein nicht schaffen. Schade, setzen Sex, Herr Kollege. Frau Kollegin Beer, herzlichen Dank. Ich finde das bayerische Selbstbewusstsein wieder bemerkenswert. Und während die Deutschen sich ans Gendern gewöhnen sollen, gewöhnen die Franzosen es sich bereits wieder ab. Bildungsminister Planché verbot das Gendern an Schulen und in Ministerien. Kund es behindert das Erlernen der Muttersprache. Richtig so. Nehmen wir uns ein Beispiel an unseren französischen Nachbarn, bevor wir eine der schönsten Sprachen der Welt zerstören. Frau Kollegin, darf ich Sie ganz klein unterbrechen, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus den Freien von Bündnis 90 die Grünen. Es macht ja Sinn, gelegentlich seinem Unmut Ausdruck zu geben, aber es macht keinen Sinn, Sammelzwischenrufe zu starten. Ich bitte darum, auch wenn es Ihnen vielleicht schwerfällt, doch das in Ruhe übersicher gehen zu lassen. Denn Sie haben die Gelegenheit, selbst darauf noch zu antworten. Frau Kollegin Aderkünnel, Sie haben das Wort. Es ist völlig legitim, wenn man fair über Gendersprache debattiert. Und es ist einer demokratischen Partei an und für sich auch nicht vorzuwerfen, wenn die AfD mit ihr stimmt. Wenn aber die CDU-Fraktion Thüringen in einem Antrag gegen Gendern im Parlament und in der Regierung, wohlwissend, wohlwissend um die rechtspopulistische, rechtsextremistische Aufladung und Instrumentalisierung dieses Themas, diesen Antrag stellt und nur eine Mehrheit gewinnen kann und gewonnen hat, mithilfe der Stimmen der AfD, dann gilt die Unschuldsvermutung nicht mehr. Dann können Sie sich nicht auf diese Unschuld berufen. Und das gilt erst recht nicht, erst recht nicht, wenn dafür die Stimmen der AfD, Björn Höckes, eingepreist werden. Worin das mündet, das sehen wir leider zum Beispiel im Kreistag Bautzen bei gemeinsamen Stimmenverhalten gegen Integrationsleistungen für vollziehbare Ausreisepflichtige. Liebe Grüne, jetzt Ihre Zwischenrufe. Ich muss sagen, man kommt sich ja manchmal vor wie in Absurdistan, dass wir in Deutschland eine Debatte führen, ob an den Schulen die deutsche Grammatik gelehrt wird oder eine ideologische Gendersprache. Es muss doch völlig klar sein, dass an den deutschen Schulen die deutsche Grammatik gelehrt wird. Das ist doch nicht zu diskutieren. Und jetzt haben wir eben von den Sozialdemokraten hier bei der Debatte gehört, Sprache verändert sich. Es wird der Eindruck erweckt, die Frauen und ganz viele im Land, die wollen Gendersprache sprechen. Kaum einer kann es mehr erwarten, immer mehr zu gendern. Und schauen Sie sich doch mal repräsentative Umfragen an. Es ist doch nicht so, dass immer mehr gendern wollen, sondern die Ablehnung der ideologischen Gendersprache, die steigt und steigt und steigt. Mittlerweile sind laut repräsentativen Umfragen 80 Prozent der deutschen Bevölkerung gegen die Gendersprache. Insofern kann man eines ganz klar sagen. Sie repräsentieren hier eine Minderheit und wir als Union repräsentieren die Mehrheit. Wir sagen ganz klar, keine Gendersprache in öffentlichen Einrichtungen. Niemand, wirklich niemand schreibt anderen Menschen vor, wie sie zu sprechen oder zu kommunizieren haben. Obwohl, das stimmt nicht ganz, denn Sie von der AfD und jetzt auch einige Kolleginnen und Kollegen von der Union fordern ja regelmäßig Sprachverbote. Und eigentlich geht es ja gar nicht um unsere Sprache, sondern darum, dass Sie die Entwicklung hin zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft ins Lächerliche ziehen wollen. Die von Ihnen immer wieder angeheizte Debatte ist doch nur symptomatisch für Ihre Angst vor Gleichberechtigung. Es ist eine Scheindebatte. Und trotzdem möchte ich noch einmal drei Punkte sehr deutlich machen. Das generische Maskulinum zu verwenden ist auch Gendern. Gendern heißt nicht nur, wir verwenden das Binnen-I, den Unterstrich oder das Gender-Sternchen, sondern wenn wir in der männlichen Form sprechen, dann gendern wir auch. Sie sprechen damit allerdings nur Männer direkt an und damit auch nur die Hälfte der Gesellschaft. Und das ist problematisch, denn es ist ausschließend, wenn nur bestimmte Menschen, in diesem Fall der Männer, angesprochen werden. Das wollen Sie natürlich nicht. Das wollen Sie natürlich nicht. Sie versuchen, Ihre menschenverachtende Ideologie noch irgendwie anschlussfähig zu machen. Und da Gendern für viele Menschen ungewohnt ist, es viele auch nicht machen wollen, ist das also ein Lieblingsthema der AfD. Es ist übrigens total okay, nicht gendern zu wollen. Sprache ändert sich mit der Zeit, nicht durch Zwang. Und den gibt es auch nirgends, egal wie oft Sie das behaupten. Also außer natürlich in Thüringen jetzt, wo die AfD Hand in Hand mit der CDU den Zwang zum generischen Maskulinum durchgesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dabei gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien, die eindeutig belegen, dass die Nutzung des generischen Maskulinums dazu führt, dass Frauen und queere Personen unsichtbar gemacht werden. Beispiel zum Abschluss gefällig. In der AfD sind verdammt viele Faschisten. Da denken wir automatisch an Männer und machen damit die Frauen, die an den Grenzen auf Kinder schießen wollen oder den Staat stürzen wollen, unsichtbar. Dabei sind die, dabei sind die eine genauso große Gefahr wie die Männer in der AfD und gehören genauso wenig in dieses Parlament. Und wir alle erleben das ja in Berlin hier immer wieder. Im Wokenumfeld gibt es ja manchen, der sich dann gerne mal in einen Rausch gendert. Es gibt Leute, die dann glauben, dass sie damit tatsächlich etwas Mutiges, etwas Substantielles erreichen. Aber ich sage Ihnen eins, mit diesem Sprachaktivismus, mit Auswüchsen wie Steuerinnenzahlern, mit Auswüchsen wie GästInnen, damit leisten sie weder einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit, noch bringen sie irgendetwas Konkretes voran, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und man muss sagen, mehr Forscherinnen, mehr Ingenieurinnen, die schafft man nicht durch Gender-Hicks und durch Schluck auf Gaga, sondern nur durch gute Forschungs- und Bildungspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend. Ja, das ist schon. Ja, das ist schon.